hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von passfinder und jetzt wollen wir aber hier nochmal richtig ran im letzten part sind wir hier hedelig verreckt also nicht an den und dann und dann und dann Ich bitte, dass er gerade abgedeppelt ist. So. Wo ist er? Halt er nicht hier? Sag ich doch. So. Sind jetzt alle... ...ange... äh... ...fixt. So. Elektro. So. Auf die. So. Done. So. 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 jetzt. so. 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 Aber, ah, wahrscheinlich noch nicht für den Rang, oder? Eigentlich schon. Warum kann ich das nicht? Ah, okay. Musst es erst trainieren. Du kannst aber mal... Echt jetzt? Nimmst sie? Du nimmst? Wieso hast du jetzt keinen Lebenspunkt dazu bekommen? Weil ich nur Halt tränke. A los. A los. Ach, hier unten geht's nicht weiter. Oh, hier. Well, is Spider Murphy again, hier? Don't hold that. Leader, charge swords. Hey, wait for me. Manos. Serves you right. Malo's. Okay. Dann gehen wir mal hier oben weiter. Noch mehr Spiders. So. So hier. Tank verschwinden. Also können sie mal... Also, ich sag mal, ob es über Heels-Stuff wäre geil. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich irgendwo in der Stadt bin oder so, dann werde ich mir mal... ganz... ganz Charakter voll powern. Äh, ganz Rucksack voll powern. Oh no, Skipper-Zahn. Da waren wir doch schon. Die werden ja immer noch Spinnen sein. Ach, ich bin hier mal nach oben gelatscht. So. Das heißt, wir müssen... wieder da vorne hin. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Warum ist noch hin? Ne. Die sind auf jeden Fall falsch. Was wir müssen? Eigentlich da oben, ne? Ding ist raus. Gucken wir, wie wir lassen. Ach, das war der. Und ich glaube, so unfallig sind wir ja gar nicht. Weiß nicht genau. Aber ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube, wir müssen hier rumgehen. Ja. Wollen wir nur hier rumgehen? Hier hoch? Hier hoch, ne? Ja. Gut aus. Gut auch nicht. Was ist hier? Wo war doch hier also dieser Freak. Nee, nicht wirklich. Ich muss jetzt den nur suchen. Ah doch, hier, oder? Nee. Das muss da oben gewesen sein. Wenn wir nicht, ja. Oh, hier vorne stammt doch der. Da machen wir erst mal das andere. Ich bin der Meinung gewesen, dass das hier war. Gut, aber in der Zeit, wo die hier herlaufen, werde ich so cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Ciao.